So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal, Rams ist der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go bzw. ein kleines Ausbeute-Video zum Hisui-Tonupto-Raid-Day. Es gab wieder an jeder Arena ein Hisui-Tonupto-Raid für eine Stunde, dann war an derselben Arena noch ein Raid für eine Stunde und jetzt 16 Uhr bis 17 Uhr ist an jeder Arena nochmal ein Raid für eine Stunde. Ihr wisst, früher Raid-Day drei Stunden hatte man Zeit, an der Arena einen Raid zu machen. An jeder Arena war ein Raid. Weil die Leute dann aber noch kurzer Zeit alle Arenen durch hatten und in fremde Gefilde vordringen mussten, hat man sich dazu entschieden, also die Dauer trotzdem des Raid-Days auf drei Stunden zu belassen, aber die Raids immer nur eine Stunde laufen zu lassen und dann neu zu starten. So kannst du also an einer Arena in den drei Stunden drei Raids machen. Vorteil für die Leute, die eben nicht so viele Arenen haben. Es gab wieder fünf zusätzliche freie Raid-Passe. Zu dem einen, den ihr sowieso täglich habt, gab es fünf zusätzliche kostenlos für jeden. Deswegen ist so ein Raid-Day für jeden eigentlich Muss und Pflicht zu spielen, denn eine kleine Raid-Tour macht einfach Spaß. Das kennen die Leute nur, die sonst immer Geld investiert haben. Spaß zu haben auf einer Raid-Tour. Die, die kein Geld investiert haben, nur einen Pass haben, ist halt nicht viel. So einfach mal sechs Raids zu machen, ist schön. Entweder fährst du rum, läufst rum, was weiß was ich. Wir sind wieder spazieren gegangen, mit dem Kinderwagen eine Stunde mal um die Blocks gezogen, hin und her. Sechs Raids gemacht. Wir haben das Ganze gestreamt auf YouTube, 14 bis 15 Uhr. Und dann habe ich nochmal acht zusätzliche Raids gemacht. Ich bin zwar Free-to-Play unterwegs mit dem Havanero-Account, aber Blood & Tears hat mir das Raid-Day-Ticket geschenkt, sodass ich nochmal acht zusätzliche Turnupto-Raids machen konnte, was auch dringend notwendig war. Denn wer den Stream gesehen hat, hat gesehen, dass ich in den sechs Raids kein Shiny dabei hatte. Die Shiny-Rate war erhöht. Es ist an sich ein neues Pokémon. Und ich möchte euch jetzt auch mal die Ausbeute zeigen. Ich habe nämlich meinen Klicker irgendwann verbunden, also mein Gotcha. Das allererste Turnupto, was wir geradet haben, war am Fledermaus-Turm. Das ist dieses hier mit 16,57. Ich werde auch mal bewerten, dass ihr seht, was das ist. Das ist hier Feuergeist. Wir hatten ja auch schon den Admurai-Raid-Day. Da habe ich kein Shiny bekommen und ich habe dann im Video bei der Ausbeute alle 14 Stück verschickt. Komplett. Ich dachte, das kann nix, das ist nix. Shiny ist auch nicht dabei. Hunderter ist nicht dabei. Brauchst du nicht, hast ja keinen Platz. Von Turnupto würde ich sogar gerne ein einzelnes aufheben, weil ich ja damals in der Hisuida-Region bei den Nintendo-Switch-Spielen, ich weiß schon gar nicht mehr, bei welchem es überhaupt war, habe ich ja Turnupto dann gehabt als Start-up Pokémon, weil ich Vollriegel genommen hatte und ja, war meins, war meins. Ich habe das genommen. Da stecken Erinnerungen dran. Das erste war ganz gut, hat immerhin zwei Sterne. Dann ist beim Rumlaufen, beim Spazierengehen, sind hier ein paar Pokémon reingegangen. Hier ist ein Fionondor gefangen durch das Gottschar. Der zweite Ray, den wir gemacht haben dann an der Futuristik. Sculpture ist dieser hier mit 16,46. Ist sogar das kleinste Turnupto, was ich jetzt habe. Hat auch zwei Sterne. Stand bei dem ersten was dabei? Nein, Feuergeist haben wir schon gesagt. Dann sind wir zum Formularfischer übergegangen. Da war ein 16,83er. Das ist ja jetzt schon mal mehr. Hat sogar schon drei Sterne. Hat 15 Angriff, aber ist noch weit entfernt von was Gutem. Hier war ein wildes Milzer. Das haben wir mitgenommen, genau. Sind bei drei Raids, wie gesagt. In der Zeit hat Jörg im Stream gesagt, Danke Ramses, das war das 100er. 17,10, gefangen, 100%, Turnupto, alles erreicht, fertig, bam. Wir haben im Stream immer mal ein paar Leute eingeladen, die gerade geschrieben haben. Ansonsten habe ich immer dieselben eingeladen, die sich am Anfang bereit erklärt haben, in der Raid-Gruppe, dass sie ein paar auch mitmachen wollen. 17,01 müsste das Beste sein, was ich also auf der Hand habe. Hier mit Bürte, Hitze, Koller und ist ein 96er mit 15, 15, 13. Wie hoch kommt das Teil, wenn man das komplett maxen würde? 3.367 braucht 475.000 Staub, 248 Bonbons. Wir haben sogar 248 Bonbons. Ich würde dieses, weil es das Beste ist, jetzt einfach mal auf Level 40 ziehen. Nicht auf Level 50, einfach auf Level 40 ziehen, weil das möchte ich mir aufheben. Das ist ein Andenken 2978. Warum nicht? Ich finde ihn cool mit seinem Haltstuch, was da so rumfliegt und mit den Ohren, diese eingeknickten, angelegten Ohren. Das sieht irgendwie süß aus, aber gleichzeitig sieht es auch cool aus, gleichzeitig sieht es auch schläfrig aus. So. Wir gehen aber weiter. Was gab es noch? Das war dann der dritte. Nein, eins, zwei, drei. Das war der vierte. Zwei müssten noch kommen. Dann haben wir hier nämlich die nächsten. 16,79. Dritte Spukball. Können wir auch bewerten. Das ist auch drei Sterne hier mit 13, 15, 11. Genau. Und dann der allerletzte am Graffiti-Pirat mit 16,63. Auch jetzt nicht so krass, aber trotzdem drei Sterne. Und das waren die sechs Raids, die wir im Stream gemacht haben. Dann habe ich die nächsten acht ohne Stream gemacht. In der Raid-Gruppe. Habe alles gepostet. Wenn ihr mal in die Raid-Gruppe reinguckt. So sieht es in der Raid-Gruppe aus. Ungefähr. So. Wo ist es denn hin? Bisschen runter. Ich habe ganz am Anfang natürlich ein Bild gepostet. Habe auch gesagt, hier Meininger Fledermaus-Turm. Da geht es dann wieder los mit den acht Bonus-Raids. Vorher hatte ich gezeigt, dass wir am Meininger Fledermaus-Turm starten. Hier. 14 Uhr. Start. Hisui-Tonupto-Raid. Hat geklappt. Habe mir da ein paar Leute hier aufgeschrieben, die sich da eingetragen hatten. Hatte die eingeladen. Und dann bei den acht Bonus-Raids hat es nochmal angefangen. Wieder ab da bis dann zum Ende. 15.40 Uhr war dann hier der letzte Raid. Bis jetzt habe ich keinen Shiny gehabt. Dann kamen die Bonus-Raids. Das müssten acht Stück sein. Wir fangen jetzt mal hier an. Hier kommen nämlich nur noch die acht Bonus-Raids direkt hintereinander. 16.97 Uhr. Das war der erste. Gucken wir uns an. Ist auch relativ gut. Sind 93er dann sein. Der zweitbeste. Dann haben wir hier einen 16.68 Uhr. Drei Sterne. Dann haben wir hier einen 16.77 Uhr. Das ist der dritte. Dann haben wir hier den vierten. Da sind wir bei den Bonus-Raids auch schon zur Hälfte durch. Das ist das leichteste. Bei denen stand nix leider dabei. Nö. Also das hier ist das leichteste. Genau. Dann haben wir den fünften Raid. 16.84 Uhr. Wir haben hier einen sechsten Raid. 16.66 Uhr. Ich habe auf dem kleinen Account immer mal mitgemacht. Habe dann bei den anderen ein bisschen gewechselt. Habe mit Samyang auch gespielt. Habe mit I was soft. I was mild. Da waren so viele 16.66 Uhr dabei. Wo ich finde die Zahl 6.66 Uhr und dieses Geisterfeuer. Und finde ich pass, finde ich gut, finde ich irgendwie interessant. Aber so viele kleine hatten das. Dann sind wir hier 16.81 Uhr. Ist das schon der siebte, ja? Wahrscheinlich habe ich wieder kein Shiny bekommen. Bei 14 Raids. Trotz Ticket, trotz allem. Und da ist es ja dann doch. Der allerletzte Raid. Der 14. Raid insgesamt. Der achte Raid. Von dem Bonus-Ticket, dem achten letzten Pass, den es überhaupt gab, habt ihr hier jetzt dieses Shiny Tornupto 1679 am 14.01. gefangen. Und da ich den ja nur bekommen habe, weil Sarina mir das Ticket geschenkt hat und das nur in ihren Tickets mit drin war, nenne ich den jetzt erstmal sowieso Blood and Tears. Blood End Tears Wieso? Toll. Wieso geht da kein S mehr hin? Damals mein Borios hieß doch auch Blood and Tears. Verstehe ich nicht. Das hieß Blood and Tears, das hat hingepasst. Jetzt passt es nicht mehr hin. Oder kann man da ein Unzeichen machen? Blood and Tears. So. Das ist das Schwerste. Das ist das Größte. Vielleicht wird es sogar mit Z geschrieben. Ich weiß es gerade nicht. Blood and Tears. Und Sarina, ich biete dir an, falls du kein Shiny bekommen hast, würde ich dir dieses Shiny gerne überlassen, weil das ist aus deinem Ticket gekommen. Das brauche ich selber nicht unbedingt. Ich finde das auch unspektakulär. Es sieht halt haargenau so aus wie das andere, nur dass der Rücken, der hier dunkel ist, ist halt hier etwas heller. So. Obwohl das ja eigentlich eher die Originalfarbe hat. Das heißt, das Hisui-Ding ist von der Färbung eher dunkler, im Gegensatz zu dem ganz normalen. Und dafür ist das Hisui Shiny wieder heller und sieht dann dadurch wieder aus wie das normale. Aber die Flamme ist gleich, der Schal ist gleich, alles ist gleich, nur der Rücken ist ein bisschen heller. Aber mir gefällt das Dunkle besser. Ich habe das Dunkle jetzt auf Level 40 gezogen. Falls Sarina also kein Shiny bekommen hat und das haben möchte, würde ich ihr das tauschen. Ansonsten, wenn sie eh eins hat, lasse ich es als Erinnerung bei mir im Account drin. So. Haben wir sonst noch irgendwas gemacht? Können wir sonst noch irgendwas zeigen? Sagen? Ne, die Rategruppe haben wir auch gezeigt. Hier die Feenaufgaben sind auch alle fertig von dem Ticket, wo ich immer noch nicht weiß, von wem ich das habe. Das Feen-Ticket vom Feen-Event. Das muss ich noch alles abholen. Das ist aber in einem Video, was dann wahrscheinlich morgen kommt. Dann würde ich sagen, schreibt mal in die Kommentare. Hier seht ihr nochmal alle acht. Auf einen Blick in einer Übersicht. Schreibt mal in die Kommentare, wie war euer Raid-Day? Flauschling, Yorclef, XL noch hier dabei. Hier haben wir Burmi, Schneppke noch als XL, das andere XXL. Also, wie war euer Raid-Day? Hat es Spaß gemacht? Wart ihr unterwegs? Wie viele Raids habt ihr gemacht? Hattet ihr das Bonus-Ticket mit den acht Pässen oder haben euch die sechs täglichen gereicht? Oder hattet ihr das Ticket nicht, aber trotzdem 30 Stücke gemacht bis zum Shiny? 14er Raid war mein Shiny. Wann kam euer Shiny? Habt ihr überhaupt ein Shiny? Das war es von weiterer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses. Wir sehen uns beim nächsten Mal.